Hallo, mein Name ist Maria Binder. Wir sind hier in der Wiener Bezirksimkerei im fünften Bezirk. Wir produzieren Lagenhonige in Wien. Das bedeutet, unsere Bienenstöcke sind über die ganze Stadt verteilt und wir schleudern den Honig bezirksweise. Und so gibt es tatsächlich von jedem Bezirk einen Honig. Wir sind biozertifiziert. Unsere Honige verkaufen wir entweder hier in unserer Produktion oder auch über unsere Vertriebspartner, über die ganze Stadt verteilt. Das sind meistens kleine Kreislereien, manchmal auch Buchwandlungen oder Fahrradwerkstätten. Die Bienenstöcke stehen meistens auf Dächern und so sind Bienen und Menschen ungestört, also man hat fast keine Berührungspunkte. Manche wenige Standorte sind auch am Boden, wie zum Beispiel im neunten Bezirk, da sind sie im Liechtensteinpark oder im achten Bezirk im Palais Auerzberg. Man kann uns auch gerne besuchen kommen und kennenlernen. Das geht zum Beispiel über die Touren, über die Vienna Experience Card. Da haben wir ein Angebot, wo man auch zu den Bienenstöcken und in unsere Imkerei kommen kann und sehr viele Informationen von uns erhält. Auch über den Webshop, den wir selbst betreiben auf unserer Homepage, kann man die Honige und alle unsere Produkte sehr gut beziehen.